Hallo und herzlich willkommen bei KOTUS Computer. Im heutigen Video soll es um die Verfügbarkeit der neuen RTX 3000 Grafikkarten bei uns gehen und allgemein wie so ein Launch von neuen Produkten normalerweise aufgeführt ist. Da will ich euch mal ein Beispiel geben von einem der letzten Launches. Das Video entsteht eigentlich aus dem Grund, da wir nach Vorstellungen der neuen RTX Grafikkarten Anfang diesen Monats sehr viele Anfragen bekommen haben von Kunden, ob wir PCs damit anbieten können, wann wir das bekommen können, wie die Preise sein werden und ja, wir da eigentlich immer die gleichen Antworten geben konnten, spezifisch jetzt darauf. Was ich jetzt sage, ist bezogen auf uns und mit Sicherheit auch ganz viele andere kleine Händler. Es kann sein, dass es bei irgendwelchen von diesen Top-Playern ein bisschen anders ist, aber ich sage mal, einen generellen riesigen Unterschied erwarte ich nicht. Die Sache ist, dass Nvidia ja Anfang des Monats drei Grafikkarten angekündigt hat. Das ist die RTX 3070, 3080 und 3090, welche alle einen enormen Leistungssprung laut Nvidia bieten sollen. Da sind wir auf Testberichte gespannt, aber es scheint wohl einen großen Leistungssprung zu geben. Und das zu ja nicht enorm viel mehr Geld. Bei der letzten Generation war es ja so, die Karten haben mehr Leistung geboten, aber kosteten auch in der Regel mehr. Jetzt ist es so, dass die Kosten eigentlich relativ gleich geblieben sind, aber die Leistungen stark gestiegen sind. Deswegen sind die Karten für viele Leute interessant. Wenn ich die Release-Termine richtig im Kopf habe, was heißt der 17.09. für die 3080, der 24.09. für die 3090 und im Oktober für die 3070. So, jetzt erwartet der Kunde ja und sagt, okay, 17.09. 3080, am 17.09. kaufe ich eine Karte. Normalerweise sollte das auch so sein. Wenn ich jetzt Hersteller etwas ankündige, möchte ich ja das zu dem Termin, wo ich sage, da geht es los, die Karten verfügbar sind. Dass alle Leute, die eine Karte kaufen wollen, eine kaufen können. Und ja, gerade bei sowas wie Nvidia-Grafikkarten werden das ja relativ viele Leute sein. Und da ist der aktuelle Stand so, dass unsere Zulieferer sagen, wir haben noch nicht mal irgendwelche Ware avisiert, die auf dem Weg zu uns ist. Wir wissen überhaupt gar nicht, wann wir überhaupt etwas bekommen. Das steht alles noch in den Sternen. Und wir werden zum Release-Date definitiv nichts ausliefern können. So, es kann sein, dass irgendwelche riesengroßen Endkundenhändler direkt von Nvidia-Dalieferungen bekommen, die einfach so groß sind, dass die, weil sie nicht 10.000 Grafikkarten im Monat verkaufen, ne? Also so eine Riesengrössheit. Weißt du, du kannst an einer Hand abzählen in Deutschland, die Händler, die das machen. Dass die vielleicht ein kleines Kontingent direkt von Nvidia bekommen. Das wird allerdings auch kein großes Kontingent sein, weil wenn es viele Karten wären, dann würden sie auch die, sagen wir mal, normalen Wege gehen. Und der normale Weg ist der Hersteller, liefert das an einen Distributor. Ein Distributor ist quasi so ein Großhändler für gewerbliche Kunden, wo dann die Händler hingehen und quasi dann ihre Mengen kaufen. Nein, also der Hersteller, ich weiß nicht, 1.000 Grafikkarten an den Distributor. Und dann kommen die Händler dahin und ziehen 50, 100 oder sowas Grafikkarten und verkaufen die dann wieder einzeln an ihre Kunden. So quasi, dass es immer ein kleines Schottiger wird. Es kann sein, dass Nvidia jetzt sagt, okay, wir beliefern unsere Top-Endkundenhändler, die halt so groß sind, dass die auch selber 1.000 an Stückzahlen machen. Mit einem kleinen Kontingent direkt, halt nicht über die Distribution, damit wir besser steuern können, was wohin kommt. Weil, wenn Nvidia an den Distributor liefert, dann kann der Distributor das ja an den Händler verkaufen, den er am meisten mag. Und dadurch, dass es anscheinend die Mengen nicht gibt, muss das wohl feiner gesteuert werden. Das ist natürlich sehr schade, weil, ich sag mal, wir werden aus den normalen Wegen definitiv nichts zum Release haben. Das heißt, können auch keine Grafikkarten zum Release verbauen und PCs damit verkaufen. Was wir machen werden und können ist, wir werden selber bei diesen Endkundenhändlern schauen, ob es zu Release-Karten gibt. Da können wir nicht viele bestellen, weil meistens da maximal ein oder zwei Stück Bestellmenge. Und werden selber versuchen, da welche zu bekommen. Das wird natürlich dann auch wahrscheinlich nur zu UVP sein. Also wir können die PCs dann auch nicht günstiger anbieten. Weil in der Distribution kaufst du das natürlich etwas günstiger ein, als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Und da wird man aber sehen, wie groß die Mengen sind. Ob das ist, weiß ich nicht. 15 Uhr geht es los und 15.01 Uhr ist alles ausverkauft, weil die 50 Karten haben oder sowas und 5000 Leute eine kaufen wollen. Das wird man sehen. Aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht viele Karten gibt, wenn es überhaupt welche gibt. Bis jetzt habe ich gesehen, dass wohl Presse-Samples rausgegangen sind an große Testmagazine, dass die von NVIDIA direkt wohl so ein Sample bekommen haben. Aber ja, da wird man schauen. Es sieht auf jeden Fall schlecht aus. Und deswegen ist auch meine aktuelle Meinung, wenn NVIDIA sagt, in Oktober 3070, wird das nicht am 1. Oktober sein. Wir haben auch Leute, ja, 1. Oktober ist dann die 3070 verfügbar. Nein, gehe ich absolut nicht davon aus. Ich tippe mehr, dass kleine Kontingente vielleicht Ende Oktober verfügbar werden, aber dass eine breitere Verfügbarkeit eher sein wird, wenn die zweite, dritte Charge ankommt. Und da denke ich, das wird eher im November oder sowas sein. Dass man dann wirklich ein bisschen was bekommen kann. Wir werden natürlich versuchen, so viele Karten wie möglich zu bekommen, dass wir auch PCs anbieten können, dass wir da auch Sachen liefern können. Allerdings wird es, wenn auch nur in kleiner Stückzahl sein, weil wir dann die selber eben nicht über die normalen Vertriebswege beziehen können. Das heißt, NVIDIA Launch nicht gut. Also ich erzähle euch gleich, wie so ein Launch eigentlich richtig läuft, wie man es richtig macht. Und da freue ich mich, NVIDIA hat ja keinen Druck. Es ist ja jetzt nicht so, dass AMD einen Tag vorher gesagt hat, wir kommen jetzt mit den neuen Grafikkarten raus und entweder sagt, wir müssen jetzt nachlegen. Es war ja eigentlich kein Druck da. Deswegen hätte man ja auch vorproduzieren können, Ware abschicken können und wenn das alles auf dem Weg gewesen wäre, dann eine Ankündigung machen können. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Das nächste große Problem ist Mining in China. Also Krypto-Mining meine ich damit schon. Das war vor ein paar Jahren ein großes Ding. Manche erinnern sich zwar vielleicht noch. Grafikkarten, alles außer Kauf. Wir Gamer, nichts gekriegt. Wir selber als Händler auch. Die Preise sind exorbitant gestiegen. Es gab kaum Ware am Markt, weil das alles in China von irgendwelchen Krypto-Minern weggekauft wurde. Dann ist der Kurs von Kryptowährungen aber massiv eingebrochen und Mining war einfach nicht mehr interessant, weil Stromverbrauchkosten der Grafikkarten einfach nicht mehr in Relation zu dem Stand, wofür du die Kryptowährungen verkaufen konntest. So, jetzt ist die Sache, dass Kryptowährungen wieder gestiegen sind. Ethereum ist jetzt wieder um 400 Euro und das ist anscheinend ein Preisgefälle, wo sich Mining wieder lohnt. Und jetzt kamen wohl Berichte heraus, dass die neuen RTX-Grafikarten, zum Beispiel eine RTX 3080, zwar höheren Stromverbrauch hat, aber wohl dreimal so schnell in Ethereum-Minen sein soll wie der Vorgänger. Und dann lohnt sich das natürlich wieder enorm, weil die hat ja nicht den dreifachen Stromverbrauch. Und dementsprechend sehe ich da nicht wirklich rosige Zeiten, wenn das so weitergeht, weil Verfügbarkeit eh knapp, weil Anfang vom Launch. Und wenn jetzt noch die ganzen Chinesen-Miner ohne Ende was wegkaufen, dass wir überhaupt gar keine Ware hier nach Europa kriegen, ja, wo bleibt denn was für eure Gamer? Und da könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Meine Meinung ist Nvidia, mach es so bei den Gamer-Grafikkarten, dass die vollkommen ungeeignet sind für Kryptomining. Bau da irgendwas auf Hardware-Ebenen ein, dass es so ineffizient ist, dass es sich überhaupt gar nicht lohnt. Und dann mach irgendeine spezielle Grafikkarte nur für Miner, die beim Zocken dann total schlecht ist, aber die beim Mining her eben eine hohe Leistung liefert. So können die Miner ihre Mining-Grafikkarten kaufen und kaufen keine einzige von den Gamer-Grafikkarten von uns. Und gleichzeitig stehen wir nicht in Konkurrenz von den Minern und kaufen denen sozusagen Mining-Grafikkarten weg. So hat jeder seinen eigenen Bereich und man kommt sich nicht in die Quere und die Verfügbarkeit ist da. Warum Nvidia es nicht macht? Keine Ahnung. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde, das wäre mal eine gute Lösung. Naja, also zusammengefassend, RTX 3000 Launch, enttäuschend. Es wird sehr, sehr wenig Ware geben. Man wird nicht wirklich was bekommen und ja, wir geben unser Bestes, wenigstens kleinere Stück Zahlen zu kriegen, um wenigstens ein, zwei PCs anbieten zu können. So, wie läuft so ein Launch eigentlich ab? Nehme ich mal jetzt ein Beispiel, das war letztes Jahr, glaube ich, oder war es noch dieses Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Der Launch von den letzten AMD-Grafikkarten, RX 5007 und 5700 XT, die High-End-Modelle von AMD. Wie lief der Launch da ab? Da war es genauso. AMD hat eine Pressekonfiguranz gemacht, Ankündigungen, so wie Nvidia es jetzt auch gemacht hat, das ist ja Standard, gesagt, zu Datum X, Karten zu Preis Y verfügbar. So, das war auch irgendwie zwei, drei Wochen später, danach also ein normales Datum. So, dann hat sich unser Großhändler gemeldet, hat gesagt, hey, wir haben avisiert für nächste Woche die Grafikkarten hier, das ist der Preis, möchtest du welche haben? Wir haben auch ein paar Stückzahlen, wir können dir welche geben. Ich habe gesagt, super, klar, nehme ich gerne welche. So, und da war es auch so, ich meine, das wäre bei der 5700 gewesen, die hatte einen Startpreis von, glaube ich, 369 Euro UVP oder sowas. Und ich glaube, wir hatten lang so ungefähr 20 Euro günstiger. Das heißt, wir hatten auch direkt eine solide Preiskalkulation, konnten den Kunden sagen, dafür können wir kaufen, so können wir den PC machen. Wenn wir die Karte günstiger einkaufen, können wir natürlich auch den PC günstiger verkaufen. So, ja, muss ich ja sonst mit der UVP kalkulieren. Dementsprechend war das gut. Karte war eine Woche vor offiziellen Release da. Die Distributor hat gesagt, hey, Karten sind da hier, schickt die alle euch ab. Wir haben mal ein paar Karten bestellt, konnten unseren Kunden sagen, hey, die Karten sind da, konnten die schon mal ein bisschen angucken und testen. Konnten sagen, so und so sieht es aus. An dem Release Date können wir den PC damit verkaufen. Dann können wir das fertig machen. So, also alles in Ruhe fertig gemacht. Release Date, gar keinen Stress. Ware da gehabt, PC ist für die Kunden fertig gemacht, rausgeschickt. Und ein, zwei Tage nach Release beim Kunden PC zugestellt. Der Kunde hatte die Karte, super glücklich, alles lief, alles toll. So soll ein Launch sein, ne? Du sagst, dann ist es verfügbar, dann ist es verfügbar. Die Händler haben vorher die Ware, können kalkulieren, können das rausmachen. So macht man es richtig. Ich will jetzt nicht AMD schön reden. Es gab auch bei AMD schon andere Launchen, dass es anders aussah. Aber der letzte große AMD Launch war, ja, war sehr solide. Und da ist Nvidia jetzt ein bisschen anders. Wir werden mal sehen, was Nvidia vielleicht auf ihrer Seite selber direkt verkauft. Vielleicht verkaufen sie da ein paar Karten. Was Custom Designs eingeht, wird es eigentlich zu Release direkt noch nicht wirklich was geben. So zumindest unsere Infos, wenn nur sehr kleine Stückzahlen, sondern mehr diese Faunus-Edition von Nvidia, die allerdings dieses Jahr relativ gut sein soll. Wenn ihr euch nicht die Vorstellung angeguckt habt, ist es wirklich empfehlenswert, die erzählen, wie sie den Kühler neu engineert haben. Das sieht ganz fancy aus. Ja, sind wir mal gespannt. So, das als Info einfach mal für euch. Wie läuft so ein Launch eigentlich ab? Wie ist es aktuell bei Nvidia? Auch wenn ihr bei uns keinen Rechner kaufen wollt, aber selber einen PC bauen könnt oder aufrüsten wollt oder sowas, habt ihr vielleicht eine kleine Info, wenn ihr das bei irgendeinem Endkundenhändler kaufen wollt, dass, ja, wahrscheinlich ihr nicht direkt zu Release eine Karte kriegen werdet, dass ihr euch da ein bisschen gedulden wollt. Aber ich denke mal, Nvidia würde schon hinkriegen, dass vor Weihnachten, weil ich sage mal, Weihnachtsgeschäft ist für mich immer die Hochzeit des Jahres, dass da eine breitere Verfügbarkeit gegeben ist, weil, ich sage mal, Weihnachten, die Leute wollen PCs, die Leute wollen neueste Technik und da musst du die Verfügbarkeit da haben. Und da hoffe ich mal, dass das dann auch gegeben sein wird. Sobald wir solide Stückzahlen bekommen können, werden wir auch Rechner bei uns im Shop erstellen. Vorher, wie gesagt, halt nicht, weil das bringt nichts, wenn ich vielleicht zwei Karten gekriegt habe, dann ein PC im Shop zu erstellen. Ja, wenn die dann drei Leute schon bestellen, dann muss ich ja dem dritten schon sagen, hey, ich weiß nicht, wenn ich den liefern kann. Das macht ja keinen Sinn. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr das Video heute am Sonntag direkt guckt, heute sind Wahlen, Kommunalwahlen, geht wählen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächsten Sonntag, 15 Uhr beim weiteren Video. Ciao.